Liebe Aktionäre, frohe Weihnachten auch von mir. Ich finde es gut, dass die gute alte Weihnachtstradition wirklich in Herzen behalten wird und dass man mal zu Weihnachten einfach an was anderes als Aktien denkt. Was natürlich nicht immer so leicht fällt, gerade wenn ich hier Santa Claus fliegen sehe in seinem Schlitten, muss ich sofort daran denken, dass jetzt einfach der Weg bereitet wurde fürs fliegende Auto, fürs Roboterauto. Man sieht schon aus den Straßen derzeit, was mit Autopilot möglich ist. Dank Chips von Nvidia, die Bösenstory 2016, gleichzeitig was im Bereich Drohnen passiert mit Sensoren. Die Symbiose daraus wird irgendwann das fliegende Auto uns bringen. Dann kann der Weihnachtsmann ein bisschen gemütlicher die Geschenke verteilen. Die Rentiere können in Rente gehen und auch wir können durch die Gegend fliegen. Auch das sind so ein bisschen die Gedanken von mir, aber grundsätzlich sollte wirklich mal jetzt zwei Nachten und die Familie im Vordergrund stehen. Ich wünsche Ihnen frohes Fest.